Genau, hier ist das andere Ding. Genau, hier wollte ich doch noch runter. So, wo ist my hood? Nee, hier ist nicht... Oh, au. Hier kann man nur so ein bisschen durchgehen. Aber auf diesen Ausläufern bin ich ja auch nicht drüber. Vorhin. Nee. Beginnt ja auch ein ganz anderer Wald. Und hier ist auch irgendwie... Sind's Dornchen? Aber das ist doch hier richtiger. Das ist die Seite mit dem Meersand. Die Seite mit dem Meersand. Meersand. La, la, la. Boah. Dirt. Dirt. Au. Wie war das? Ich finde jetzt nur noch einmal kurz und so. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das gesagt habe vor einer halben Stunde. Nur noch einmal kurz finde ich das. Ich glaube, ich mache die Folge einfach ein bisschen länger. Müsst er dann. Müsst er spulen. Pah. Guck, das darf sowieso nicht komplett den ganzen Blödsinn. Ja, gut. Bis auf du froh. Entschuldigung. Aber Ara wird diese Stelle hier niemals finden. Ara. 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 Ara von und zu Kasi. Na, epochale Musik im Hintergrund. Da muss es doch gleich viel leichter gehen mit dem Höhlenfund, oder? Findet ihr nicht auch? Das müssen wir doch quasi jetzt instantan finden bei dieser epochalen, heldenhaften Musik, die hier gerade losdöngelt. Döngel, döngel. Ja, und hier waren wir auch drin. Hier war ja auch nichts. Ach doch, ja, doch. Hier ging es durch. Da haben wir auch schon alles rausgeholt. Hier war ich doch. Verdammt. Ey. Was soll ich denn da ran bauen? Irgendwie so 3D-Leuchtreklame-Blinke-Dinge. Hier, hier. Kein rotes Herz dran kräften, was denn blinkt. Kommen die Zockenbis alle um die Ecke und denken, wir an die Potze. Tja, das ist Lokalpatriotismus. Dir soll das Gleiche suchen. Es wird schon wieder Nacht. Ich hasse es. Verdammte Scheiße. Wo ist meine Kemenate? Schon wieder. So. Egal. Ja, ja. So. So. Wo ist meine fucking Kemenate hin? So, das habe ich auch abgekürzt hier mit den Scheißbergen beim letzten Mal. Weil die Berge so scheiße sind. Ich weiß bloß nicht, ob es das letzte Mal war, was erfolgreich war oder das letzte Mal, was nicht erfolgreich war. Verdammte Scheiße. Wo ist das bloß? Jetzt wird es ja nacht. Jetzt habe ich eine höhere Chance, es zu sehen. Weil, ähm, ne, ist ja nacht und so. Nee, aber hier ist falsch. Weil da kommt es hier noch so. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Drüben ist es auch nicht. Aussichtspunkt. Creeper. Creeper. Verdammte Scheiße. Ja, hier Zeug einsammeln. Mein Inventar ist voll. Ja, so langsam ist er aber mal gut hier. Blödes Kruppzeug von Creepern. Mein Inventar ist wieder voll mit irgendwelchen Blödsinn. Spinnenaugen. Wer braucht schon Spinnenaugen? Wobei, das ist wieder die ganze Trankgeschichte, habe ich mir noch nicht angeguckt. Brauer. Na, dafür brauchen wir sowieso erstmal die Hölle. Das ist alles so weit weg, weißt du? Also Hölle und Himmel und alles so weit weg. Soll ich hier mal in die Hölle kommen? Also, wenn ich noch weitere zehn Folgen drauf verschwende, meine, meine Hood hier zu. Sehr gut. Ja, ist ja okay. Ich hab's ja verstanden. Ich sollte nicht mitten in der Nacht hier rumstehen und Schnitzel essen. Äh, Steak. Ist nicht so die weise Entscheidung. Habe ich verstanden? Mach ich nicht wieder. Versprochen. Au. So, jetzt rein wir hier einfach mal durch den Wald. Wieder zum Wasser. Ja, schieß. Schieß. Da hinten ist dieses Fackkreuz wieder. Wie fehlt da Runde? Dritte. Ich sollte einfach in die andere Richtung laufen. Dann finde ich's eher. Wieso finde ich das nicht, wenn ich so rumlaufe? Also, kürze ich immer wieder die Stelle ab, wo das da ist? Naja, zünd du dich nur an, blöder Creeper. Ach, mir ist gleich egal. Ich lock mich gleich hier irgendwo wieder aus mitten im Wald. Und dann fang ich beim nächsten Mal wieder an mit 20 Minuten Höhle suchen. Ist da noch was im Hof? Nee, kann nicht, ne? Ach, doch, irgendwie die Porkschnitzel habe ich nicht mitgenommen. Weil ich ja dachte, ich bin gleich wieder da. Jetzt hat er mich gehauen. Das beißt mich wieder. Ja, beißt mich. Hier ist das andere Kreuz. Ist ja gut. Ist ja gut. Ich hab's ja verstanden. Ihr mögt mich nicht. Ist ja okay. Müsst mich auch nicht... Hui. Viel 3D, ey. Müsst mich ja auch nicht mögen. Schon in Ordnung. So, da oben ist dieses andere Ding. Ich schwimme jetzt einfach die ganze Nacht. Pff. Ja. Grobe Richtung stimmt doch schon mal. Und das Ganze machen wir dann wegen drei Schnitzeln oder so. Das finde ich daran das Beste. Dass wir hier so drei, vier Mal fast sterben. Und das wegen drei Schnitzeln. Das wird der erheiternde Part da dran. Ja, hier kannst du ruhig noch weiter schwimmen. Blödes Ding. Oh, Spano. Also, search and destroy. Als ob das eine was mit dem anderen zu tun hätte, ne? Spannung. Wir weglen die Spannung. Ist es nicht da? Ist es nicht da? Sagt alles aus, als ob es da wäre. Kack's denn mal hier ein paar mal hoch. Ja, ja. Schieß mich ab. Schon okay. Ich mag dich auch nicht. Ich kann's überhaupt nicht mehr sehen. Ich hab's ja zugebaut. Ich geh hier nicht mehr raus. Ja, du hier wieder. So. Wir haben uns verstanden, oder? So. Gut. Freut mich, dass wir uns verstanden haben. Blödes Ding. Ah, Seeds. Drei Schnitzel. Sag dich nicht irgendwas von, wenn wir hier zurückgehen für drei Schnitzel. Ach, nee, ey. Eins, zwei, drei, vier. Ach, noch was, was wir brauchen müssen? Nee. Gravel. Gravel Stone. Ach doch, hier. Iron. Ja. Nehm ich den Rest noch hier raus. Na gut, dann würde ich diesen Part mal als gelinde gesagt unerfolgreich bezeichnen. Es war Tag an dieser Stelle nach Search and Destroy und ich hab die Ecke wieder gefunden. Ach, warte mal. Das machen wir jetzt, bevor wir das wieder vergessen. Bevor wir das vergessen. Ganz, ganz wichtig. Kabel. Also, falls ich hier nochmal so eine Aktion starte. Und, also, sind wir mal ehrlich. Es wird passieren. Weil ich werde hier nicht so schnell weggehen. Ich muss noch einmal runter. Ich muss ja sicherstellen, ne, dass ich dann alles so richtig gemacht habe. Ah, jetzt fängt es auch noch an zu schiffen. Was ist das schon? Ich hoffe, das übersehe ich nicht wieder. Wenn ich hier so vorbeikomme das nächste Mal, dann hätten wir die Sache geklärt. Es schiff, es regnet, wir bleiben drin. Es brutzelt hier alles. Ich würde sagen, Folgenende, also, Aufnahmen, Sessionende. Folgen waren es bestimmt schon ein paar. Und wir sehen uns, wenn es dann wieder heißt. Minecraft Full HD. Gewitter. Jibti Hey. Bis dahin. Bye, bye. Bye. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.